Ich war an einem der letzten Sonntage in Königsbronn. Aus Königsbronn kam Georg Elser. Georg Elser hat sich von diesem Ort auf der Ostalp auf den Weg gemacht nach München, in den Bürgerbräukeller, und hat da mehrere Wochen lang eine Säule ausgehöhlt und eine Bombe gebaut, weil er Hitler ermorden wollte. Er wollte im November 1939 den Krieg aufhalten. Es ist ihm nicht gelungen, obwohl er präzise gearbeitet hat, weil Adolf Hitler an dem Abend wegen der Wetterverhältnisse den Bürgerbräukeller früher verlassen hat. Und ich bewundere Georg Elser für seinen ganz individuell und alleine getragenen Mut. Er ist gestorben im Konzentrationslager Dachau. Und wie viel weniger Mut brauchen wir heutzutage, um denen, die dumpfe Parolen rufen, die Flüchtlingsheime anzünden, die die Gesellschaft spalten wollen, entgegenzutreten. Ich finde, dass wir gerade in diesem Jahr 2017, wo sich so viel verändert in der Welt, uns unser kleines bisschen Mut nehmen sollten und immer mal jeden Tag dem Nachbarn, der Kundin beim Einkaufen, dem Arbeitskollegen in der Kantine zu sagen, wenn uns was nicht passt und wenn es nicht gut ist. Ich glaube, wir brauchen ganz, ganz viel individuellen Mut, damit unsere Demokratie gestärkt wird. Wir müssen im Jahr 2017 unsere Demokratie stärken. Nicht ganz so groß wie Georg Elser, alles viel kleiner. Aber wenn es viele machen und nicht so alleine, wie er es war, ich glaube, dann schaffen wir es. Ich glaube, wir brauchen ganz so groß wie Georg Elser, alles viel kleiner.